So, es ist Abend, es ist Samstagabend, der erste Tag der Litlaufe in diesem Jahr ist vorbei und es war wie immer ein Fest, es war richtig, richtig schön, es gab so tolle Begegnungen, so tolle Erlebnisse, ja, ignoriert einfach meine Zombie-Augen, ich habe keine Ahnung, was die heute haben, die haben irgendwie zwischendurch das Tränen angefangen, es war eigentlich nicht so rührend und traurig, es war schön, aber ich habe nicht vor Freude geweint eigentlich. Genau, ich würde euch jetzt einfach noch ein paar Sachen zeigen, die heute wichtig waren, die heute eine Rolle gespielt haben und noch ein paar Worte dazu erzählen und dann geht es für mich eigentlich schon wieder ins Bett, denn so schön wie er war der erste Tag und der Samstag überhaupt, war es natürlich irgendwie auch anstrengend und es kommt morgen noch ein Tag auf der Litlaufe und dann, ja, ist auch das Wochenende schon wieder rum, deswegen, genau, die Dinge, die hier heute wichtig waren oder besonders. Zum einen seht ihr hier zwei Beutel und ich weiß noch nicht, was drin ist und ich gucke auch nicht rein, habe ich Lisa versprochen, denn darin befindet sich wohl mein Geburtstagsgeschenk von der Lisa und das wird jetzt alles einfach unter das Bett geschoben und dort bleibt es, bis ich Geburtstag habe. Beweise einmal hiermit, ich habe es versteckt. Wie ich mich kenne, werde ich vielleicht selber vergessen, wo ich es hin versteckt habe. Dann, in meinem wunderschönen bunten Beutel verstecken sich, achso, mein Geldbeutel und mein Kabel, das Band natürlich, das muss ich auf jeden Fall wieder einstecken, damit ich es morgen dabei habe und morgen reinkomme. Das ist quasi Eintrittsbesucherbändchen für die Litlaufe. Ich habe einmal Morgen irgendwo am Meer neu, ganz frisch gekauft, noch nicht gelesen. Das ist aber für meine Cousine. Es ist noch nicht signiert, das muss ich morgen mitnehmen, damit ich das noch signieren lasse von der Adriana für meine liebe Cousine. Quasi ebenso wie dieses Buch, das ist allerdings schon signiert von Anne Freitag. Der aktuellste Roman, noch ungelesen, ganz frisch gekauft, für meine liebe Cousine Sarah signiert. Und ja, die beiden Bücher kriegt sie quasi schon angekündigt zum Geburtstag. Noch von Anne Freitag unter dem Pseudonym Ellie Taylor, New York Diaries Claire. Wer mich schon echt lange verfolgt, der hat mal mitgekriegt, dass ich ein Tauschpaket mit der lieben Lina hatte. Und das ist echt schon eine Weile her, mehr so drei Jahre oder so. Auf jeden Fall hat sie mir damals dieses Buch hier geschickt, im Tauschpaket. Und es war das letzte Buch, das ich gefunden habe hier bei mir, das noch nicht signiert war, von Anne Freitag. Sie hat tatsächlich auch Anne Freitag reingeschrieben, ne? Eigentlich hat sie Ellie Taylor einschalten müssen. Also wie gesagt, das letzte Buch von Anne Freitag, das es noch nicht signiert in meinem Bestand gibt. Definitiv eine Reihe, die ich mir sehr genau angucken möchte und die ich euch eventuell dann ja auch empfehlen möchte. Schließlich sind die anderen Teile auch von... Also das ist ja eine Reihe, die ist zusammengeschrieben von Anne Freitag und Adriana Popescu. Quasi im Wechsel, das ist das erste Buch. Das zweite Buch ist dann von Adriana, das dritte Buch ist wieder von Anne und das vierte ist wieder von Adriana geschrieben. Und ich habe, besitze im Moment nur das erste hier und würde mich aber freuen, alle kennenzulernen. Meike Bergmeister, noch ungelesen, habe ich heute zwar gesehen, war ich auch in einem Workshop von ihr. Sie war wahnsinnig sympathisch, kann da gar nichts dagegen sagen. Spätestens nach dem Tag heute hätte ich mir das Buch gekauft, ich habe es aber schon, habe es mitgenommen, habe es aber noch nicht signiert. Morgen ist die Lesung von ihr. Dort werde ich auch hingehen und es mir dann signieren lassen. Vermutlich eines der Highlights, einfach weil, ja, ich habe auch die liebe Ruth, ich weiß gar nicht, ob ich sie irgendwo drauf habe. Ich habe die liebe Ruth getroffen von Zwischentausend Zeilen. Es war wahnsinnig toll, sie mal live zu sehen und zu treffen. Es war selbst für mich so ein bisschen Fangirly-Moment. Und sie ist ja absoluter Fan von Beth O'Leary, The Flat Share oder auf Deutsch Love to Share. Und ich habe es zu meiner größten Schande immer noch nicht gelesen. Aber die Autorin war da und sie ist zuckersüß. Und ja, vielleicht hat der eine oder andere sogar, sie hat es auch für mich signiert, vielleicht hat sogar der eine oder andere mich gesehen, mich mit Beth O'Leary auf dem Instagram-Account von TheLitLove quasi. Die haben mich einfach mal eben fotografiert und dann gefragt, ob das in Ordnung ist für mich. Dann haben sie mich auch noch verlinkt. Ja, genau. Also das war richtig, richtig toll und es war auch wahnsinnig toll, Ruth zu erleben, wie es natürlich für sie ein absolutes Fest war, Beth O'Leary zu treffen und ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Und dann kommen wir noch zu dem Lit Love Goodie Bag. In diesem Jahr in einem, naja, nicht so attraktiven Orange mit einem turkisfarbenen Herzen. Ich habe selbst noch nicht reingeguckt. Das heißt, ich bin sehr gespannt. Was ich schon gesehen habe, ist, es gibt ein Müsli, Karotte und Ingwer. Natürlich vegan, Hafer liebt Gemüse. Veggie-Müsli. Ohne Zucker, Salz, sonst wie Zusätzen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich habe mich an sowas noch nicht reingetraut, weil so eine Fertigmischung, weiß ich nicht, ich nehme einfach Haferflocken und schmeiße rein, was ich drin haben will. Karotte und Ingwer finde ich ein bisschen merkwürdig im Müsli, aber wird getestet. Ah genau, das gibt es, glaube ich, jedes Jahr drin, dieses Info-Heft für Self-Publishing. 26. Oh, das schaut aber richtig cool aus. Wow. Das sieht aus wie ein Notizbuch. Und zwar vorne drauf mit dem Cover von Markus Zusäck. Nichts weniger als ein Wunder. Gucken wir mal rein. Aber ich denke, es wird ein leeres Notizheft sein. Genau, da steht vorne noch ein Satz. Ich will von meinem Bruder erzählen, dem vierten Dunbar-Jungen mit Namen Clay. Ihm ist alles passiert. Wir alle haben uns seinetwegen verändert. Es ist wunderschön aufgemacht, finde ich. Es sieht halt einfach echt wie so ein richtiges schönes Buchcover aus. Dann eine Karte. Guter Geschmack ist das schlimmste Laster, das jemals erfunden wurde. Vom Wunderraum Verlag. Eine Postkarte. Anscheinend auch ein Buchtitel oder ein Buchcover. Oh, davon habe ich schon was gehört. Ich hatte es noch nicht in der Hand. Ich habe es auch noch nicht gekauft. Unter einem guten Stern von Mini Darkie oder Dark. Sternzeichen Kekse von Backen.de und Rezept. Ja, also das Buch ist anscheinend... Ach nee, das ist noch gar nicht erschienen. Oh. Ich dachte, doch. Warte mal, wir haben November. Doch, es ist erschienen, aber noch nicht so lange. 21. Jahrzehnte. So sieht das Buch aus. Unter einem guten Stern. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Spannend fand ich es irgendwie. Der Azubi-Instagram-Kanal Inside Random House. Von Julia Kautz. Signiert. Okay. Julia Kautz ist Sängerin, Musikerin. Sie macht Musik in den Pausen, in der Mittagspause. Beziehungsweise hat sie schon gemacht. Und ist auch wohl unterwegs. Ich werde mir die Musik auf jeden Fall auch nochmal genauer anhören. Denn ich fand, es klang schon richtig gut, was man so mitgekriegt hat. Aber ich kenne sie gar nicht. Also, oder kannte sie bisher nicht. Einmal die Mainz-Zeitschrift. Bin mir immer nicht so ganz sicher. Ich bin nicht so der Zeitschriften-Typ. Guck's mir mal an, das Heft. Ich bin da ja irgendwie zu geizig oder zu, weiß ich nicht. Alle Schreien festhalten, nur mein Herz flüstert springen. Zum Buch von Maike Werkmeister. Sterne sieht man nur im Dunkeln. Ein Tassenkuchen. Okay. Ein Tüpfelchen-Tassenkuchen-Schoko. Der ist leider nicht vegan. Das heißt, ich werde ihn wohl verschenken. Abgesehen davon habe ich keine Mikrowelle. Heißt, ich werde ihn verschenken. Irgendjemand wird sich darüber freuen, dass er einen Tassenkuchen-Schokolade kriegt. Ich finde, die Idee war echt cool. War bisher so noch nicht dabei. In den letzten beiden Jahren als Idee. Oh, das habe ich schon gesehen. Einmal eine ganze Packung von Mesmer Bio-Apfel-Zitronen-Tee. Ohne Aromen. Das finde ich cool. Bio-Apfel-Zitrone ist natürlich lecker. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Und ich denke, der wird sehr gut werden. Passend einfach für Herbst und Winter und Einkuscheln und Tee trinken und Bücher lesen. Von Lovely Books. Ich liebe das Lesen. Genau. Ich habe nämlich gesehen, manche Events werden auch per Livestream oder dergleichen übertragen. Über Lovely Books. Das habe ich aber auch mehr so jetzt nebenbei erfahren und gar nicht so vorab. Wow. Das ist ja cool. Ich habe mir schon immer überlegt, ob ich so ein Pop-Socket-Dingens möchte für mein Handy. Und jetzt kriege ich eins Geschenk, auf dem Hashtag Hörbuch-Liebe draufsteht. Ja, hätte ich mir vielleicht nicht ausgesucht, aber ich finde es cool. Ich finde es echt cool. Ein Strawberry-Lemon-Dakiri. Also Alkohol. Ähm, ja. Auch eher weniger was für mich. Ist allerdings, weil es jetzt im kalten Auto war, schön gekühlt. Werden wir mal gucken, ob ich es verschenken kann. Oh, ein Klebezettel-Block mit Love to Share. Schön. Es passt auch einfach dafür. So, es nimmt irgendwie kein Ende. Kannst mir was denken. Eispulver für Speise-Eis. Weiß ich nicht so genau, was da so drin ist. Bei so viel Schrott sieht es gar nicht aus. Glutenfrei und vegan steht noch mit drauf. Da kann man mal Himbeereis machen. Ähm, passend zu dem Buch, ein Sommer voller Himbeereis. Von Persephone Hasis. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Idee. Passt einfach auch zum Buch. Happy End für zwei. Ach, da gibt es ein Buch dazu. Eine echte Liebe braucht kein Drehbuch. Rachel Winters. Happy End für zwei. Oh, ja. Wenn es denn mal scharf gestellt hätte. Wenn ihr es jetzt sehen könntet. So sieht das Buch aus ungefähr. Ja, jetzt. Jetzt. Ich hoffe, den Rest habt ihr gesehen und er war scharf gestellt. Naja. Das muss ich nochmal drehen. Von Dear Evan Hansen. Auch noch so ein Zettel-Block. Heute wird ein ganz fantastischer Tag. Ich finde es auch spannend. Es ist relativ viel dabei, von dem es kein Buch aktuell gibt oder niemand da ist. Und ein Stift dazu anscheinend. Weil da steht auch drauf. Heute. Heute wird ein ganz fantastischer Tag. Ein Choi ist noch drin. Saft. Okay. Sieht aus wie so ein Superfood-Antioxidantien-Saft. Mehrfruchtsaft mit Hibiskus-Blüten-Essenz-Eisen-Vitamin C, B12 und B6. Cool. Auf jeden Fall was Gesundes. Was Kleines noch. Zweimal im Leben von Claire Emsen. Ich schätze Lippen-Balsam. Genau. Lip Butter. Die Schokoladen-Villa. Das würde doch passen. Drei Stück Mini-Schokolade. Der Beutel ist leer. Ich habe hier Chaos veranstaltet. Und ihr habt hoffentlich alles gesehen. Es war hoffentlich alles scharf gestellt. Wenn nicht, muss ich es euch im Nachhinein nochmal filmen. Genau. Das war alles in der Tüte. Ich finde doch relativ viel. Nicht alles was, was für mich passt. Aber das ist halt meistens oder immer so. Und vielleicht kann ich auch morgen noch ein paar Sachen ertauschen oder abtreten an jemanden, der es lieber hat. Freue ich mich auf morgen. Ich werde natürlich versuchen, morgen auch wieder einiges mitzufilmen. Das, was eben funktioniert. Es ist einfach so, bei einer Lesung, da kann ich ja nicht eine ganze Lesung mitfilmen. Und ihr seht es dann. Es ist halt auch einfach ein Event. Da muss man einfach dabei sein. Ich will ja euch nur ein bisschen zeigen, wie es ist. Und vielleicht Lust machen, dass ihr das nächste Mal auch kommt. Genau. Dann auch mich oder Ruth oder wen auch immer live treffen könnt. Oder eben auch die Autoren natürlich. Denn ehemalige Autoren kommen im Normalfall auch, wenn sie Zeit haben. Was ich wahnsinnig schön finde. Weil dann trifft man eventuell eben auch Autoren, die, wo ich so denke, ah Mist, habe ich verpasst. War letztes Jahr da. Und manche kommen ja auch jedes Jahr wieder. So ungefähr. Allein an der Freitag war jetzt quasi offiziell schon bei zwei. Zweimal mit einem Buch vertreten. Und einmal auch ohne Buch da. Und das bei vier Veranstaltungen, bei vier Mal, dass das stattgefunden hat. Lasst mir gerne auch mal in den Kommentaren da, wer euch so am meisten interessiert hätte. Bei der diesjährigen Lidlove. Oder auch, was ihr so am tollsten findet an so Goodie-Bags. Die kriegt ja letztendlich auch wirklich jeder. Nicht nur jemand, der mit Kamera da auftaucht, sondern wirklich jeder, der da ist. Und das ist eigentlich ganz cool soweit. Guten Morgen. Ich bin schon fertig gemacht. Und starte jetzt. Denn es ist schon nach neun. Und ich sollte jetzt einfach mal losfahren. Genau. Alle anderen warten vermutlich schon. Es geht los mit einem Meet & Greet mit Adriana Popescu. Ich freue mich riesig. Ich habe ganz viele Bücher dabei. Denn ich habe bisher nur ein signiertes Exemplar von ihr. Und alle anderen Bücher sind noch unsigniert. Sie hat ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, sie freut sich, mich wiederzusehen. Ich habe sie im Juli gesehen in Stuttgart bei ihrer Lesung mit Anne Freitag. Und ja. Genau. Ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Und starte den Tag. Das ist schön, dass ihr alle da seid. Und ihr könnt euch selbst applaudieren. Schön, dass ihr alle da seid. Ich werde anders lesen als die anderen. Haben wir uns gedacht, dass wir es nicht machen. Also für alle, die schon mal auf einer Lesung von mir waren. Leider hat mir der Verlag die heißnackten Männer gekürzt. Und die kompette Kanone habe ich hier leider auch nicht reingekriegt. Disco-Kugel. Aber wir haben eine Disco-Kugel. Ja. Die aus ist. Ja, ich bin auch traurig. So, ich bin gerade reingekommen. Es ist nach halb zehn. Sonntagabend. Ich, oh Gott, nee, ich gucke mal nicht mehr rüber ins Chaos. Ich, ja, bin gerade reingekommen. Die Lit Love ist rum. Schade, schön war es. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Kann gar nicht sein hier. Jetzt läuft die irgendwie an. Ach so, ich weiß warum. Weil die Kamera kalt ist. Jetzt passt es wieder. Und jetzt läuft es bestimmt gleich wieder an. Naja, hier ist es zu warm. Genau. Lit Love ist vorbei. Die zwei Tage. Irgendwie schade. Heute Morgen habe ich Adriana Popescu überraschen dürfen. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und ja, ich mache wieder Videos. Nur damit du es weißt. Und ja, du bist schuld. Sie wusste meinen Namen direkt. Und ich stand da so mit einem kleinen Stapel von ungefähr zehn Büchern. Ja, zehn ihrer Bücher. Sie hat ja schon mehr rausgebracht, zehn. Und genau. Die durfte sich signieren für mich. Beziehungsweise eins davon für meine Cousine. Und ja. Genau. Da hat sie dann direkt erst mal ihr Handy gezückt und ein Foto von mir gemacht. Dass ich so verrückt bin und mit zehn Büchern auftauche. Und sie hat sich die Zeit genommen und ganz, ganz lieb. Und ja, kann mich zuordnen. Was ich wahnsinnig cool und faszinierend finde. Weil ich würde es niemandem übernehmen. Wirklich niemandem. Und nach der Überraschung gestern mit Anne Freitag als lieb, dass ich meinen Namen wusste, war ich ja quasi auf alles gefasst. Und ja, war natürlich trotzdem überrascht, als Adriana Popescu einfach wirklich meinen Namen wusste. Und mich zuordnen konnte und so. Genau. Deswegen, ja. Und dann habe ich natürlich noch meinen Herzensmännchen wieder zum Flixbus gebracht. Und ich glaube, da habe ich aber auch gar nichts mehr gefilmt. Ich habe dann auch ein bisschen die Kamera vergessen, muss ich gestehen. Und dann habe ich noch, ja. Ich bin lieben Menschen getroffen in München. Und die Zeit noch genossen. Ich dachte mir, wenn ich schon da bin. Abgesehen davon, dass es so wieder mal Chaos bei der S-Bahn und so. Genau. Wieder mal klingt gemein, aber es stimmt leider. So, und jetzt packe ich erstmal mich aus. Und dann zeige ich euch noch kurz so ein bisschen, was noch war heute. Und dann, ja. Ist damit auch der Sonntag schon so ziemlich hoch. Und die nächste Woche kann kommen. So, das ist der ganze Stapel mit den Büchern. Und als ich zum Signieren ging, hat Adriana erstmal große Augen gemacht. Und dann gemeint so, das ist aber jetzt nicht dein Ernst. Und ich habe gemeint, doch. Ich komme mit genau so vielen Büchern wie die, die ich besitze und die noch nicht signiert sind. Und das sind nun mal fast alle. Ja, also stand ich vor ihr mit 10 Büchern, davon 9 von mir. Und sie hat die ganz tapfer signiert. Wir fangen mal an mit 1 Sommer und 4 Tage. Sie hat zum Teil auch was Unschuldiges reingeschrieben, obwohl sie meinte, sie würde das gar nicht hinkriegen. Dann haben wir Lieblingsmomente und Lieblingsgefühle. Be awesome. Und stay gold. Ja, sie ist auch jedes Mal begeistert, wenn jemand mit Lieblingsmomente ankommt. Und das ist auch durchaus verständlich. Ewig und eins bei mir noch ungelesen. Wird aber ganz, 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 ganz bald gelesen. Jasper. Okay. Bin gespannt. Fassierendlich verliebt. Auch eins von den Büchern, dass sie es aber irgendwie nochmal besonders findet. Oder, ja, sich besonders freut eigentlich, wenn jemand das mitbringt. Und Paris, du und ich, von mir leider auch noch ungelesen. Sie erzählte allerdings, dass ganz viele sagen, ach naja, mit Paris oder mit Frankreich haben sie es nicht so. Deswegen wollen sie das nicht lesen. Kann ich gar nicht verstehen. Wie awesome auf Französisch hat sie reingeschrieben. Fand ich richtig nett. Weil sie meinte, das weiß ich nicht genau. Mein Sommer auf dem Mond. Auch noch von mir umgelesen. Zu meiner Schande. Und er, ihr aktuellster erwachsenen Roman erschienen bei Pipa. Goldene Zeiten im Gepäck. Und ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich so, so riesig darauf. Ich hätte auch gerne eine Lesung daraus. Kaiser. Eine Lesung hier raus gehört. Doch. Sehr, sehr gern. Und bei 5 Tage Liebe, da konnte ich es gar nicht fassen, dass ich dieses Buch habe. Erstens in dieser Ausgabe und überhaupt besitze. Und das ist ja eins ihrer, ich glaube sogar ihr allererstes Buch selbst verlegt. Mit, ich weiß nicht, wie viele in Covern. Und ja, auch das habe ich gelesen. Und fand das richtig, richtig gut. Und zum Schluss morgen irgendwo am Meer. Nicht für mich, sondern für meine Cousine Sarah. Und ja, das wird in ein Päckchen gepackt. Zusammen mit dem Buch von Anne Freitag. Und zu ihr geschickt. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch, dass Adriana sich an meinen Namen erinnert hat. Und also eben wusste. Ganz, ganz liebe Grüße gehen an sie raus. Ich bin so, so froh und stolz, dass ich jetzt so viele Bücher habe, die von ihr signiert sind. Ich werde dringend noch alle lesen, die noch nicht gelesen sind bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ehrliche, vermutlich aber auch ganz viele lobende Worte darüber verlieren. Über die Bücher, die ich eben jetzt bisher noch nicht verschlungen habe. Ich freue mich riesig drauf. Und ich freue mich auch, dass ich jetzt ins Bett gehen kann. Oder ins Bett gehen werde. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich nächstes Jahr wieder zur Little Love fahren kann. Und wieder ganz tolle Menschen kennenlernen darf. Autoren treffen darf. Ja, neue Erinnerungen schaffen. Ich finde, die Little Love ist beim dritten Mal schon so ein bisschen wie Heimkommen. Und man kennt sich aus. Und das ist schön so. Das darf noch mehr so werden. Das darf eine kleine Tradition werden und sein. Und das ist gut so. Für mich geht es ab ins Bett. Und an dieser Stelle hier geht es hoffentlich bald weiter. Mit ähnlichen, vielleicht aber auch anderen Videos. Und ja, ihr seid hoffentlich mit dabei. Damit ihr nichts verpasst, einmal abonnieren. Und gerne auch einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass es euch gefallen hat, wenn ich euch mitnehme. Zum Beispiel mit auf die Littler. Danke schön. Mein Deutsch ist peinlich. Ich meine, mein Inglater ist peinlich. Aber mein Deutsch ist peinlich. Also, Günther hier wird mir jetzt gerne verransplant, damit ihr versteht, was ich sage. Aber es scheint mir zu mir, dass du keinen Träumen brauchst. Nein, ich wirklich nicht. Vielen Dank dafür, dass du hierher gekommen bist. Es ist sehr schön in hier. Normalerweise kannst du nicht sehen, dass du den Fakten auf den Fakten sehen kannst. Das ist ungewöhnlich für mich. Ich kann deine Reaktionen sehen. ... in den Trials von Harry Potter. Originally, es war nicht der Drägen auf dem Fronten, sondern es war der Boabatum's Carriage, von 12 Horsen. Ja. Also eigentlich war gar nicht geplant, dass der Drache vorne ist. Es war ein Bild, was wir später noch sehen werden. Das sollte das Cover sein. Jetzt ist es der Hohenschwanz-Drache im Finale. Ja, sorry. So, this is me working away on the cover, but just before this, this is how I work, very scruffy, sort of, this is in watercolor. But before this, I wanted to show the Boabatum's Carriage View. I met Sebastian... Merschenmussi. Merschenmussi. He had his horses walking along in very long grass. Which is exactly what I normally do. But for flying horses, you can't hide those. hoops. I tried, but, you know, like, I hit them behind here. Very difficult to do. But, um, so, yeah, I'm going to try to do that from Harry Potter illustration. Nun, ich starte von unten nach oben. Also habe ich ein Modem umgebung. Is that right? Umgebung? Von Hogwarts gebaut. Es ist aus Resten und Papier gemacht. So, basically, before I do any drawing at all, I make models of the world. Because I think of illustrating a book almost like you're making a film. In that you're thinking, where do I put the lights? Where do I put the actors? Where do I put the camera, more importantly? So I make this little model. And when I move around, you see, I can then choose an angle and paint this painting here. Also, das Licht ist sehr wichtig für ihn, deswegen macht er das mit den Modellen, dass er von allen sehen ist. Er ist ein Model von Dobby aus Plastinen. Ich war eigentlich nie ein großer Fan von Dobby. Aber nachdem ich dieses Model gemacht hatte, fing ich auf einmal an ein zu morgen. Ja, ist das correct? Ja. So, I started to... Oh, that sounded terrible. I'm so sorry. I won't do it anymore, Jim. So, er... Yeah, so I had this model of Dobby and I started to grow sort of fond of him. Using house paint, you know, paint walls with and stuff. Art Farber? Done. Is that right? Yes. I don't know. Yeah, er... You know, just decorating paint, soap for the walls. Very cheap material. What exactly do you mean? Hippogryph. 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 Hey, look, I just very cleverly hid in the... So, er... To find Hagrid. Yeah, it just means that it makes sense to me. If you lived by a lake, like Hagrid does, then you might recycle a boat. Aber Spide ist, wiederum, sehr schwer zu sehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Du hast J.K. Rowling zweitens gesagt. Ja. Ist es eine Art von Kontakt? Ich weiß nicht, wie ich den Job habe. Oh, danke. Ich habe mich nicht aus dem Job gemacht. Ich bin aus dem Job gemacht. Ich war da, von J.K. Rowling, von ein paar Illustrators. Aber bevor ich das, ich habe nicht wirklich Drogen gemacht. All meine Arbeit ist stark und miserable. Aber ich bin sehr glücklich, dass sie das gemacht hat. Aber wir schreiben zu uns, ich habe noch nicht J.K. Rowling kennengelernt. Aber sie schreibt schöne Letters, mit einem kleinen goldenen Oel auf dem Letters. Das ist sehr schön. Ja, sehr schön. Habe eine Sitzung. Und ich habe eine Sitzung. Ja, sicher. Ich nehme diesen. Oh, sorry. Ich nehme den. Ich nehme den. Er schreibt Briefe und Mails mit J.K. Rowling. Und er sagt, wenn die Briefe kommen von ihr, dann ist da tatsächlich auch so eine goldene Eule drauf. Und für ihn war es eine große Ehre und überraschend, dass er ausgewählt wurde, nachdem er vorher ganz andere Sachen illustriert hat. Die schreibtische статьen. Das wird aber auch irreader. Und ihr werdet bei der Körpers ausgest bureau, die sch워요, die Canoo für sie gehaiend hat. Sie wollen sich generieren. Deswegen 17. bothi schreibt zurück. Und wird auch um gut. Ich wafe dich? Vielen Dank.